Stefan Wagner, Ultracyklist, hat im Jahr 2017 gemeint, das Jahr darauf, 2018, soll ein Jahr der Weltrekorde werden. Und jetzt ist er bei mir, herzlich willkommen Stefan. Es ist ein Jahr der Weltrekorde, denn einer von den drei Vorhaben ist bereits Geschichte. 19.21.Jänner auf dem Hometrainer 48 Stunden lang und das mit mindestens über 100 Watt. Lass uns ein wenig teilhaben an dieser Veranstaltung. Gratulation natürlich vorweg gleich einmal. Wie geht es einem da, 48 Stunden lang auf dem Rad? Ja, es ist eine schöne Ausfahrt gewesen, Indoor. Für uns war das eine eigene Geschichte, was natürlich ein Puzzlestein wieder vom Teamwork her passiert ist, was vom Kopf her mental passiert ist. Das muss man sich vorstellen, das ist ein geschlossener Raum. Es ist ja nicht immer, dass wer mitfährt, sondern man ist auf sich alleine gestellt. Der Druck muss immer passen. Es ist immer der Durchschnittswatt, was da gerechnet wird. Nicht die Kilometerleistung oder die KMH, DurchschnittskMH, sondern der Durchschnittswatt. Und den haben wir jetzt ein bisschen hoch gesetzt auf 144 inoffiziell und hofft, dass er länger bleibt. Wenn er geschlagen wird, dann wird er es nicht mehr machen. Du warst in den ersten Stunden wirklich extrem stark unterwegs, vor allem die ersten zehn Stunden, glaube ich, mit einer sehr, sehr hohen Wartleistung. Haben dich Leute immer wieder mitbegleitet auf deiner Fahrt, indem sie sich einfach neben auf ein anderes Rad gesetzt haben und gesagt haben, wir tun einfach mit? Ja, es waren einige dabei, auch Nachtschwärmer waren dabei, Vereine waren dabei, die was da mitgeradelt sind. Sie haben die Indoor-Cyclingstunde gemacht am Samstagvormittag, also da sind sie fleißig mitgeradelt. Das hat schon auch motiviert natürlich und lenkt auch ein bisschen ab. Man hat dich also sozusagen in den Mittelpunkt gestellt und rundherum irgendwelche Veranstaltungen betrieben und du bist aber auf dem Rad gesessen und bist gefahren und geradelt. Wo liegt die Motivation, so etwas zu machen? Man hat da mehrere mentale Löcher drin und natürlich versucht man dann natürlich wieder rauszukommen und da haben wir unsere mentalen Tricks natürlich, was ich von Herrn Thomas Jaklitsch da mitgegeben bekommen habe, haben wir dann natürlich angewendet und haben es umgesetzt und das hat funktioniert. Also es hat viele, viele Möglichkeiten sind da schon wieder neu dazugekommen. Lass uns teilhaben vielleicht, was ist so ein Beispiel, wenn einen der Schweinehund so richtig einholt und man einfach denkt, man will nicht mehr, was machst du dann? Ja, man muss einfach das Ziel noch mehr fokussieren, was man erreichen will, dann schafft man das. Natürlich gibt es gewisse Tricks, mit Düfte zu arbeiten, mit der Müdigkeit, das sind halt so kleine Secrets, was ein Ultraserklist hat. Wir haben im Vorgespräch mit der Alex Luger auch kurz gesprochen, die hat einmal den Tipp bekommen, einfach von 20 rückwärts zu zählen, dann geht es wieder besser, funktioniert das? Ja, bei mir muss man es mit Stunden machen, ja. Ja, das stimmt. Vorbereitung ist gut verlaufen, wie waren so die letzten Tage vor dem Wettkampf, was macht man da speziell, gibt es da eine spezielle Vorbereitung, Ernährung, was auch immer? Ja, man bleibt locker in Bewegung, also nicht mehr so starkes Training. Gut Kohlenhydrate aufbauen, also guten Speicher füllen, ja, schon eineinhalb Tage vorher schon mit Flüssignahrung beginnen, ja, dass sich der Körper darauf vorbereiten kann. Das ist so bei mir drinnen, bei den Projekten. Und ja, dann steht man am Start und setzt es dann um, ja. Das war nur der erste Streich, laut Max und Moritz folgt der zweite bald. Genau. Deine Ziele und Vorhaben jetzt für 2018, wie gesagt, ein Weltrekord ist geschafft, wo liegt Weltrekord Nummer zwei und drei? Mein geliebter Sonntagberg, ja, am 15. Juni. Und da werden wir ihn zum Glühen bringen, ja. 15. Juni, das nächste Mal, wenn wir dir die Daumen halten müssen. Und das dritte Vorhaben in diesem Jahr? Das ist zehnmal Nonstop Ötztaler Radmarathon. Also wer den Radmarathon Ötztaler kennt, ist das einer der härtesten Radmarathons eigentlich der Welt. Also weltweit ist er bekannt. Denn vorher zehnmal Nonstop ist ein Weltrekordprojekt, wo auch natürlich schon gearbeitet wird für mein großes Ziel von der Teamwork her für das Rese Großamerika. Also dass wir da schon wirklich immer mehr Routine bekommen, ja. Jetzt sage ich trotzdem noch einmal nach, zurück vielleicht zu diesen 48 Stunden. Gibt es da einen Punkt, wo man wirklich nicht mehr weiter will? Wann war das bei dir in etwa? Also die erste Nacht war sehr durchwachsen. Ja, also wie gesagt, ich habe sehr stark angefangen, also mit 218 Watt in die ersten zehn Stunden. Hab dann natürlich Ernährungsfehler, macht man ein bisschen oder man vertragt halt was nicht, ja. Dann kriegst du halt Blähungen und dann ist halt so, dass der Magen arbeitet und der nimmt halt die Kraft vom Pedal. Ja, und das war in der Zeit so, also die erste Nacht war sehr durchwachsen. Und wie knapp ist man da vor dem Punkt, dass man wirklich sagt... Nein, das hat man nie. Hat man nie? Das hat man nie, weil man immer das Ziel vor Augen hat und man hat halt Tiefs und auf die muss man rauskommen. Und da haben wir halt gewisse Techniken selber, mehrere Techniken, die man anwendet, was dann gut gehen. Oder man sagt, okay, jetzt probieren wir es nochmal fünf, zehn Minuten oder man nimmt einmal raus oder man geht einmal vom Rad und einmal fünf Minuten runterkommen und dann wieder rauf, ja. Also das gibt es auch, ja. Also im Grunde genommen eine Lebensweisheit, einfach immer wieder aufstehen und immer wieder probieren. Ja. Wir hoffen, dass die zwei Weltrekorde in diesem Jahr ebenfalls so souverän klappen wie dieser 48 Stunden lange Radmarathon auf einem Hometrainer. Danke für den Kommen. Wir verfolgen natürlich deine weiteren Steps. Und an Sie sage ich danke fürs Zusehen. Denn das war es wieder mal vom Sport auf M4 TV. Mein Name ist Günter Berger und Sie sind im Bild. Das war es wieder mal vom Sport.